Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge LS19 PS4 hier auf der Vorpommern Rügen. Ja, unser BGA ist immer noch gut gefüllt. Ich meine, er hat sich nicht viel getan in den paar Sekunden, sag ich mal, zwischen den zwei Aufnahmen. Wir werden erstmal gucken, dass wir unseren Thrasher weiter abtanken können. Da ist noch erst 12.000 drin. Es ist wieder schön, dass hier so eine Mini-Reihe stehen bleibt. Der hier ist leer. Da werden wir ganz einfach noch eine Ladung Weizen holen, dass wir das umlagern. Meine eins von den Wurzelsilos hatte ja auch 90.000 gekostet. Weiß nicht, ob wir es stehen lassen. Aber eigentlich könnten wir es auch umlagern. Ich meine, gut, wir müssten, um die Schweine zu füttern mit Rüben, müssen wir sowieso mit dem Hänger rüberfahren würden. Müssen wir halt dann bloß Zuckerrüben mitnehmen. Also von daher, denke mal, ist das nicht so der entscheidende Punkt, ob die jetzt hier drüben oder in meinem Schweinehof im Lager liegen. Wie gesagt, beim Mischfutter schon. Natürlich unser Thrasher voll. Wird natürlich auch noch verkehrt rum. Grundsweise können wir den gleich mal unten hinstellen. Weil da rangiert er vielleicht nicht so komisch rückwärts dann, wenn er die Außenbahn gleich mal weg macht. falsche Richtung. Dort müssen wir hin. Dann wäre noch eine Ladung drin, dann könnten wir hier das Silo austauschen. Was ist unser Zelン? Wir sehen uns noch nicht. Welchen? Dort wären wir, dann täuschen. Daher Apparently haben wir gleich noch mal her. Wir sehen uns wieder zwei Minuten. Untertitelung des ZDF, 2020 Ich glaube fast, so lange wie das dauert, bis die Türen auf hat, bis sie abkippt. Und derzeit hat es durch den Kornschimmer auch rausgeschüttet. Obwohl es jetzt schneller geht dann, ne? Unser Kalkstreuer steht auch wieder, der ist leer. Dann können wir den theoretisch auch voll machen. Hier unten mal, wie gesagt, einen vorgewendigen Kalken. Dann sollte er einen Rest alleine hinkriegen. Denn oben, denke ich mal, macht er auch ordentlich die Kante, ne? So, da werden wir einen neuen Kalk holen. Können wir gleich mal hier Kontrollfahrt machen, aber die Kante sieht eigentlich ordentlich aus. Ja, weil er einen Kalk holen, ich wollte jetzt schon reinfahren, Dünger holen. Das wäre es natürlich gewesen. Der Hänger fällt Dünger. Das wäre es natürlich gewesen. Und hier hängt auch voll Dünger. Das wäre es natürlich gewesen. So, den lassen wir hier stehen, weil der Thrasher müsste ja eigentlich hier wieder ankommen, wenn wir alles richtig gemacht haben. Kalk ist natürlich noch nicht genug drin. Genau, da wollten wir hin. Den haben wir ja ganz vernachlässigt. Denn er muss ja auf alle Fälle hier nochmal eine Bahn hochfahren. Also er hat ja oben gedreht. Wo kriegt er das überhaupt alles in der Breite? Doch, fast. Da war natürlich jetzt der Kalkstreuer voll. So, da werden wir jetzt unten, wie gesagt, erstmal das Vorgewände fertig machen. Dann müsste er eigentlich zurechtkommen mit dem Rest dann. Irgendwweise könnten wir dann auch schon die Sämaschine losschicken, aber da sollten wir auch unten Vorgewände machen. Da wird ja kinder einfach verh chamber gefallen. Dann kann ich das nie sein. Und dann möchte ich jetzt das mansion aus vectorieren. Das geht jetzt bis Rangiert jetzt der Düngerstreuer wieder rückwärts. Also das erschließt sich mir auch nicht so richtig. Bis vor die Sämaschine brauchen wir mindestens zwei Vorgewände. Müssten wir eigentlich gleich noch mit dem Kalkstreuer hier rückwärts fahren. Aber bevor wir dazu kommen, die Sämaschine anzusetzen, ich glaube, dass der Kalkstreuer auch fertig. Oder doch, dass der Kalkstreuer sich bei der Kalkstreu. Aber das wird ja auch schon eher nur noch mit dem Kalkfleisch verrativiert. Und wir brauchen auch eine Kalkstreuhe dafür, die Sämaschine anzusetzen. Der Planman Thrasher geht auf, der kommt runter gefahren, den schmalen Streifen, das kriegt er schon hin dann. Hätten wir den jetzt draußen gelassen, am Rand wäre er so komisch rückwärts rangiert so wie unser Düngerstreuer. Das Schneidwerk müssen wir nicht abmachen, wir kommen so rüber bis aufs nächste Feld. Da fahren wir jetzt zur 4 und werden dort Thrashen. Dann, ja genau, das hier müssen wir erst machen, wir müssen dort eine Raps Thrashen. Dann werden wir mal gucken wie es da weiter geht. Dann können wir überlegen was wir hier drauf machen. Ich müsste heute Soja anpflanzen, weil da haben wir nun gar nichts mehr am Lager. Das hat man ja alles verkauft. Durch die Frage, ob durch den Sojaverkauf der Preis noch runterfällt richtig. damit irgendwas muss das ja zusammenhängen. Wie gesagt, Thrashen haben wir schon 1300 bekommen, weil 300 weniger ist schon ein bisschen was bei 1000 sind fast 30% oder 27% ungefähr. Soja an. 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 So, dann nehmen wir den mit. Den Rad schütten wir natürlich hier drüben im Silo. Der Rad schütten wir natürlich hier drüben im Silo. Der Rad schütten wir natürlich hier drüben im Silo. Der Trasher ist gerade oben. Dann werden wir den mal hier so ansetzen, dass er nachher die Linie richtig trifft. Der Rad schütten wir natürlich hier drüben im Silo. So, die letzten 37.000 Weizen machen wir jetzt hier raus. Dann werden wir das Teil verkaufen. Gucken, dass wir das andere hin platzieren können. Wenn das natürlich nicht geht, müssen wir uns was anderes einfallen lassen. So, Silo können wir ja nur über die Garage verkaufen, anders geht es ja gar nicht. Ein Silo da. Doch, da kommt es. 87.000 kriegt man noch dafür. Für die hier kriegt man 44, da haben wir 90 bezahlt. Also ist nichts weiter drin, wurde verkauft. So, dann haben wir natürlich jetzt hier einen freien Platz. Jetzt brauchen wir natürlich ein anderes. Dann werden wir auch das für 180.000 nehmen, sodass wir dort alles reinkriegen. Nein, das habe ich geahnt, dass ich es hier nicht bauen kann. Doch, da war es grün. Okay. Okay. So, dann sind wir nochmal etwas ärmer. So, mit reichlich Licht hier rechts und links, großer Flutlichtstrahler mit dran. Mal sehen, wie hell das dann wird. Hier hinten ist es jetzt natürlich ein bisschen enger, dadurch, dass es zwei Türme sind. Aber ich sage mal, da sollten wir schon noch zurecht kommen. Mal gucken, ob der Trescher noch ein bisschen runterkommt. Doch, das werde ich schon noch schaffen. Könnten wir eigentlich gleich mit dem LKW unten hinfahren. Was jetzt eher hier rumrangiert hat, das weiß ich natürlich auch nicht. Bodenbeschaffenheit. Genau, dort und dort müssen wir nochmal eine Handvoll Dünger draufhauen. Das machen wir auch. Das machen wir auch. Und er sollte sich da eigentlich, wenn ich ihn richtig platziert habe, ohne er schiebt den LKW weg. Das war natürlich tolle ungünstig. Das war natürlich auch nicht. So, da haben wir eigentlich alles erwischt. Machen wir erstmal einen Hof, bevor wir das mit unserem Treasher reparieren. Dann lassen wir auch erstmal einfach einen Hof stehen, weil wir brauchen ja definitiv noch für Feld 3. Müssen wir auch noch düngen. Ich würde auch sagen, mit dem Treasher machen wir aber heute in der zweiten Folge weiter. Gucken wir mal, wie wir das dort hinkriegen, dass die sich nicht behindern. Werden wir schon hinkriegen. Also ich sage mal vielen Dank fürs Einschalten. Dann vielleicht bis heute Nachmittag, 16 Uhr, gibt es noch eine zweite Folge. Bis dahin und tschüss.